Die Schafe drüben hat gar keine Angezweifung. Hups, da kommt der her. Könnte jetzt jeder von der Tür weg gehen? Ja, die Kühe haben alle den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Ah, jetzt haben wir eh schon ziemlich viel. Ach, nein, nicht gleich Bücher, wieso nicht? Okay. So. So. Ich kann auch nicht jetzt einfach kein Papier mehr haben. Das wird zu viel. Egal. Hä? So. Holz. Da haben wir ein bisschen. Widerworten wird sicher nicht reichen, das heißt, wir benutzen noch was. Nein, da wollte ich ihn. Lederhose und Goldrüstung. Hä? So. Ja. So. So. Kleine Bücher übergeblieben und 24 Bücherregale, die wir jetzt verbrüsten können. Okay. Was? Da könnte man eigentlich stattdessen eine Sitzbank oder so machen. Da hinten kommt dann schon die Sitzbank hin, die können wir eigentlich auch schön machen. Ich habe da kein Zahn mehr. Ich habe da keine Sitzbank. Ich habe da keine Sitzbank. Nein, so klappt das nicht. Nein, schätze. Ohne Holz geht gar nichts. Das fällt da nicht mehr raus. So hätte ich. Und da kommen dann wieder diese Regale. Okay. Okay. 1, 2, 3. So inwiefern schaut das dann aus. Dann haben wir wieder Bücher. Auch so Bücher. Langsam gestalten. Ich werde das mal so lassen. Ich hoffe, ihr hat das Video gefallen, die Videos. Und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Video, weil ich bin total müde und fertig. Tschüss. Tschüss. Tschüss.